Jetzt geht es in die zweite Liga, noch zweite Liga, aus hoffentlich Sicht von Werder und HSV, denn beide wollen ja nach oben kommen. Es war ein großartiges Nordderby gestern, für jeden, der gerne Fußball guckt. Am Ende jubeln die Bremer, gewinnen mit 3 zu 2 und es wurde großartig gefeiert, als der SV Werder dann zum Stadion zurückgekommen ist. Und schauen Sie mal, wie die Mannschaft von den Fans empfangen wurde. Und schauen Sie mal, wie die Mannschaft von den Fans empfangen wurde. Ja, die Werder-Fans feiern ihren Stürmer Dux, der doppelt getroffen hat beim HSV mit der Fußballhymne, muss man mittlerweile schon sagen. In dem Fall Dux is on fire. Es war ja Will Gregg, der Nordire, der dieses Lied geprägt hat, jetzt adaptiert worden. Ja, bei Werder, Herr Reif, da hat man den Eindruck, war doch alles ganz einfach, man musste nur den Ole Werner holen. Und schon läuft es. Acht Siege und ein Unentschieden, seit er übernommen hat. Fünf Auswärtssiege in Serie, das hat selbst, und das sagt alles über seine Leistung, Otto Rehagel in 15 Jahren Werder Bremen nicht geschafft. Da steht alles auf Aufstieg? Ja, und wenn man diese Bilder sieht, siehst du, wie weh zweite Liga tut einem Klub wie bei der Bremen. Und wenn der Zipfel erwischt ist, augenscheinlich wieder zurück dahin, wo man hingehört, Werder, dann siehst du ja, wie Menschen reagieren. Die Mannschaft und das Umfeld, ja, die haben diesen Flow jetzt. Naja, was ist passiert? Sie haben Ole Werner geholt, der macht es richtig. Sie haben Herr Dux und Herr Füllkrug, waren glaube ich nicht die Bundesliga, die erste Liga gerockt in den letzten Jahren. Dafür ist Werder auch hart kritisiert worden, als die Spieler kamen. So, was holt ihr? Ihr holt nur noch auf dem Grabeltisch, Entschuldigung, mit Verlaub, ihr könnt euch, das ist eure Idee. Wieso wollt ihr in die erste Liga zurück? Antwort, ja, indem wir zweite Liga spielen erstmal und mit denen, die es können. Dux 15 Tore, Füllkrug 11, das ist die Basisaktion. Und das ähnlich ist es beim HSV, trotz der Niederlage sehe ich die immer noch auf einem guten Wege. Schalke, das ist nicht mehr der Kader mit irgendwelchen angehenden Weltfußballern, sondern lass uns zweite Liga spielen. Das ist eine fürchterlich banale Erkenntnis, aber es gibt andere Beispiele, die es nicht, die sich dem verweigert haben, zweite Liga spielen erstmal. Und die finden sich heute bis Liga 3 oder 4 wieder. Lassen Sie uns noch einmal bei Ole Werner bleiben, weil das ja auch eine Geschichte dieser Saison ist. Er startete ja als Trainer von Holstein Kiel in die Saison, ist dann nach dem siebten Spieltag auf Platz 5, 10 stehend zurückgetreten und steigt jetzt möglicherweise auf mit dem anderen Verein. Ja, wir entlassen doch gerne den Trainer und sagen, pass auf, mit dem geht es nicht mehr weiter. Aber es ist doch, nochmal, die fallen ja nicht unter das Armrecht, wenn ein Trainer auch entlassen wird, egal wo bei großen Klubs, sondern es geht dann schon nochmal weiter irgendwann. Ole Werner hat selber gesagt, ich bin nicht gut genug für das, was hier verlangt wird. Und deswegen, dazu hänge ich zu sehr an diesem Klub, als dass ich hier weiter etwas zu zwingen versuche, was offenbar in die Grütze geht. Und so habe ich es verstanden, wenn es andere Gründe gab, wissen die Kieler besser. Aber so habe ich es verstanden und dann ist einer weg. Mir fällt kein einziges Zitat von Ole Werner in den letzten Wochen ein. Also irgendwas, wo ich sage, so jetzt geht es aber Richtung Erste Liga, jetzt müssen wir das. Irgendwelche Lautsprechereien, nichts. Er macht einfach seinen Job. Er macht seinen Job. Werner macht den Job und ja, das ist der Weg. Da hat sich was gefunden und das ist normal, das ist dieses Ding. Es gibt Trainer, die zu einem Zeitpunkt X an einem Platz Y überhaupt nicht funktionieren. Dreh das Ganze um, anderer Zeitpunkt, anderer Ort und es funktioniert alles. Wir gucken nochmal auf die Tabelle der zweiten Liga, um uns gerade die Situation oben im Aufstiegskampf nochmal vor Augen zu führen. Also Werder jetzt auf 1, Darmstadt, St. Pauli haben beide gewonnen. Also die machen gerade noch nicht beim Drehbuch mit. Die großen HSV und Schalke-Werder marschieren alle, sondern das bleibt richtig eng dort, der HSV. Ja, vielleicht arbeitet er auch am Quadrupel des vierten Platzes. Dreimal hintereinander haben sie es schon geschafft. Was ist Ihr Gefühl, Herr Reif? Steigt der HSV eher auf oder gewinnt er den DFB-Pokal? Denn wir haben diese Woche Viertelfinale der HSV zu Hause gegen Karlsruhe. Eher Aufstieg, eher Pokalsieg? Eher Aufstieg noch. Eher Aufstieg. Aber gegen Karlsruhe? Du bist Favorit zu Hause. Es ist wirklich ein Viertelfinale, wo man nochmal kurz durchatmen muss und sieht, was für ein verrückter Wettbewerb das in diesem Jahr ist. Union gegen St. Pauli, Hannover gegen Leipzig und Bochum gegen Freiburg. Der DFB-Pokal macht seinem Namen alle Ehre? Alle Ehre. Es ist wieder mal Pokal. Einmal endlich wieder Pokal und nicht die Fortsetzung der Liga mit den gleichen Protagonisten, die am Ende spielt Dortmund gegen Bayern oder spielt Leipzig, sondern hallo. Haben Sie ein Wunschfinale? Union Freiburg wäre irgendwie sowas, was Romantiker komplett glücklich macht. Sie würden dafür belohnt, für das, wie Sie in diesen Zeiten, vielleicht schließe ich da ein bisschen der Kreis, wo der Sport nicht immer in die richtige Richtung gegangen ist, wie Sie bei sich geblieben sind auf Ihre Art und es auch weiterhin richtig machen. Also das hätte was, was Romantisches, aber ich gönne es jedem. Und nochmal, wir werden ein Finale kriegen, das wir so noch nicht hatten und möglicherweise so schnell nicht wieder haben werden.